In der heutigen Folge geht es um SBV-Sprechstunde, der Krankheitsfall. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Hier lernst du alles über deine Aufgaben, Rechte und Pflichten, um dir deine tägliche BR-Arbeit zu erleichtern. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Ihrem WAF-Podcast. Mein Name ist Niklas Pastie, ich bin Arbeitnehmeranwalt in Berlin und ich berate und vertrete Betriebsräte, Arbeitnehmer und Schwerbehindertenvertretungen. Und Sie wissen das vielleicht, die Schwerbehindertenvertretungen, die suchen oftmals Rat, rufen manchmal bei uns bei der WAF an und stellen sehr konkrete Fragen. Oftmals zu krankheitsbedingten Kündigungen oder zu den Rechten und Pflichten von Arbeitnehmern, Schwerbehinderten und gleichgestelltbehinderten Arbeitnehmern im Krankheitsfall. Jetzt lassen Sie mich gern eine Sache klarstellen. Krankheit und Schwerbehinderung haben nichts miteinander zu tun. Das ist so ein häufiger Mythos, ein häufiges Missverständnis, manchmal auch auf Arbeitgeberseite. Schwerbehinderte Arbeitnehmern, denen wird manchmal unterstellt, nicht ganz so leistungsfähig zu sein wie andere Arbeitnehmer ohne Behinderung und auch manchmal nicht ganz so loyal zu sein. Beides könnte unzutreffender nicht sein. Dennoch, auch schwerbehinderte Menschen sind von Krankheit betroffen, natürlich, und auch schwerbehinderte Menschen am Arbeitsplatz haben Rechte. Deswegen lassen Sie mich gern die erste Frage eines Seminarteilnehmers der WAF, die wir hier gesammelt haben, Ihnen mitteilen. Und ich will mein Bestes geben, sie auch gleich zu beantworten. Die Frage lautet, wie ist das, muss ich eigentlich auf das Verlangen des Arbeitgebers hin meinen behandelnden Arzt von seiner Schweigepflicht entbinden? Offenbar verlangt der Arbeitgeber dies hier wohl im Rahmen eines Krankenrückkehrergesprächs, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Antwort darauf lautet, klar und eindeutig nein. Arbeitnehmer sind nicht zur Auskunft verpflichtet über ihren Gesundheitszustand und schon gar nicht müssen sie den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht entbinden, auf das der Arbeitgeber dann über diese Informationen verfügen könnte. Es kann einmal sinnvoll sein, eben dies zu tun, zum Beispiel im Streitfall, wenn es darum geht vor dem Arbeitsgericht im Klageverfahren, ob der Arbeitnehmer eine ungünstige Gesundheitsprognose hat oder nicht. Da würde ich in der Tat meinen behandelnden Arzt von seiner Schweigepflicht entbinden, auf das der Arzt dann mitteilt, dass ich zwar krank bin, dass ich möglicherweise auch noch länger krank bleiben werde, aber in den nächsten zwei Jahren etwa, das ist wie Sie wissen der Zeitraum für eine negative Gesundheitsprognose, werde ich nach Einschätzung des behandelnden Arztes dann doch an den Arbeitsplatz zurückkehren. Also die Entbindung von der Schweigepflicht gehört sozusagen in den Kündigungsrechtsstreit, also vor das Arbeitsgericht, aber einfach mal so die Schweigepflicht aufzuheben, ohne klares Ziel, davon muss ich dringend abraten. Übrigens auch, wenn dies im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements geschehen soll, da ist mir nicht einsichtig, warum der behandelnde Arzt generell jedenfalls von der Schweigepflicht befreit werden müsste. Davon würde ich abraten. Gerade im betrieblichen Eingliederungsmanagement wird es ausreichen, dass Sie eine Art Liste erstellen, als erkrankter, schwerbehinderter Arbeitnehmer, was Sie noch tun können, prognostisch, dabei kann der Arzt auch durchaus helfen und was Sie nicht mehr schaffen am Arbeitsplatz. Wenn der Arbeitgeber mit dieser wichtigen Information versorgt wird, dann ist es ihm immerhin möglich, nach milderen Mitteln als einer krankheitsbedingten Kündigung zu suchen. Zum Beispiel, indem ein anderer, ein schonen Arbeitsplatz, freigemacht wird und sei es durch Umsetzung oder Versetzung eines nicht-schwerbehinderten Kollegen. Krankheitsursachen und Diagnosen haben generell am Arbeitsplatz, auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement, nichts verloren. Ich weiß, dass es viele Rechtsanwälte gibt, auch viele mit dem Schwerpunkt Schwerbehindertenarbeitsrecht, die das lockerer sehen. Ich will da mit guten Gründen streng sein und streng bleiben. Zweite Frage, muss ich eigentlich dem Arbeitgeber, wenn ich schon nicht meinen Arzt von seiner Schweigepflicht befreie, Auskunft geben über die Ursache meiner Erkrankung, spätestens dann, wenn ich zurückkehre an den Arbeitsplatz? Die Antwort ist die gleiche. Nein, natürlich nicht. Was hat Ihre Krankheitsursache am Arbeitsplatz verloren? Der Arbeitgeber hat keinen solchen Auskunftsanspruch. Man könnte salopp sagen, diese heikle Information, was Ihnen eigentlich gesundheitlich fehlt, geht Ihren Arbeitgebern nichts an. Wie ist das dann, dritte Frage, mit Krankenrückkehrergesprächen? Es gibt ja immer noch eine gar nicht so ganz geringe Anzahl von Betrieben, auch großen Betrieben, wo diese Krankenrückkehrergespräche schlicht gelebte Praxis sind. Manchmal ist sogar der Betriebsrat ein regelrechter Fan dieser Gespräche. Jedenfalls beteiligt er sich daran. Dann und wann gibt es auch eine Betriebsvereinbarung insoweit. Diese Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Seit immerhin dem Jahr 2004 gibt es das sogenannte Betriebliche Eingliederungsmanagement, BEM. Daran hat sich auch zunächst einmal durch das Bundesteilhabegesetz nichts geändert. Das sollte ein bisschen verbindlicher gestaltet werden. Die Rolle von Betriebsrat und SBV, die sollte aufgewertet werden. So ganz ist das wohl, jedenfalls nach Ansicht des Arbeitnehmeranwalts, nicht gelungen. Dennoch bei dieser BEM-Pflicht für den Arbeitgeber verbleibt es. Und neben diesem betrieblichen Eingliederungsmanagement-Gespräch sollten generell keine weiteren gesundheitsbezogenen Gespräche geführt werden. Jedenfalls wären solche Krankenrückkehrergespräche mitbestimmungspflichtig. Mitbestimmungspflichtig insoweit, als der Betriebsrat, zwar nicht die SBV, aber der Betriebsrat, eine Betriebsvereinbarung hierzu notfalls auch gegen den Willen des Arbeitgebers erzwingen könnte. Das sollte der Betriebsrat auch tun. Die SBV ist da leider etwas machtlos. Sie kann nur, aber immerhin eine Inklusionsvereinbarung anstoßen. Ich sage anstoßen, weil sie zwar einen Anspruch hat auf Aufnahme von Verhandlungen mit dem Arbeitgeber zum Abschluss dieser Inklusionsvereinbarung. Eine konkrete Inklusionsvereinbarung kann aber nicht erzwungen werden. Warum nicht? Nun, dieser Streit gehört nicht vor die Einigungsstelle. Die SBV, die Schwerbehindertenvertretung, kommt dort gar nicht hin. Dafür braucht es den Betriebsrat. Deswegen sehe ich es immer gern, wenn SBV und Betriebsrat in der betrieblichen Praxis eng kooperieren. Kann ich denn, vierte Frage, gekündigt werden? Wegen einer Krankheit und möglicherweise auch noch während der Krankheit? Hier habe ich schlechte Nachrichten. Selbstverständlich. Warum sollte das nicht möglich sein? Das ist das Instrument der sogenannten krankheitsbedingten, genauer der personenbedingten Kündigung. Und die ist unter allerdings engen Voraussetzungen zulässig und wirksam. Dann nämlich, wenn eine negative Gesundheitsprognose besteht. Wenn durch die Erkrankung, durch die Fehlzeiten insbesondere, Ablaufstörungen im Betrieb nachweisbar sein sollten. Und dann, wenn der Arbeitgeber alles Zumutbare getan hat, um den Arbeitsplatzverlust doch abzuwenden. Also zum Beispiel muss der Arbeitgeber dem erkrankten Arbeitnehmer nach sechswöchiger Arbeitsunfähigkeit ein BEM-Gespräch angeboten haben. Hat er das aber alles gemacht und ist die negative Gesundheitsprognose jedenfalls darstellbar im Streitfall, dann ist die krankheitsbedingte Kündigung sehr wohl möglich. Kann ich denn, fünfte Frage, eine Abmahnung erteilt bekommen? Wegen meiner krankheitsbedingten Fehlzeiten? Oder noch interessanter die Frage, wegen etwaiger Fehler, die ich gemacht habe am Arbeitsplatz. Wegen meiner Krankheit. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Eine Abmahnung ist nicht möglich, wenn ich mein Verhalten gar nicht steuern konnte. Also dafür, dass ich krank gewesen bin und sei es auch sehr lang, gibt es natürlich keine Abmahnung. Dem liegt ja kein steuerbares Verhalten zugrunde. Das ist ja gerade Wesen der Krankheit. Wenn ich Fehler mache am Arbeitsplatz, so ist auch dieser Fehler nicht ohne weiteres abmahnfähig. Sie wissen, dass Sie schulden gar keine Arbeitsleistung, die fehlerfrei wäre. Sie schulden insgesamt keine optimale Arbeitsleistung. Sie müssen nicht immer der Beste sein. Sie schulden nur Ihr Bemühen. Das Bundesarbeitsgericht sagt dazu, jeder Arbeitnehmer muss das tun, was er soll, wenn er kann. Also er muss das tun, was vertraglich geschuldet ist, soweit er das eben kann. Gibt es krankheitsbedingt Probleme im Verhalten und ist das Verhalten doch noch, jedenfalls ansatzweise, steuerbar, dann kann theoretisch über eine Abmahnung geregelt werden. Anderenfalls fällt die schlicht aus. Letzte Frage, eine häufige Frage, soll ich denn nun als schwerbehinderter und erkrankter Arbeitnehmer teilnehmen an einem BEM-Gespräch, wenn es mir angeboten wird, oder schadet das mir eher? Wissen Sie, das ist eine Art Glaubensfrage. Und deswegen ist die Antwort darauf auch möglicherweise in Ihren Ohren ein bisschen sektiererisch. Ich meine ja, ich meine, Sie sollten unbedingt an jedem Ihnen angebotenen BEM-Gespräch teilnehmen. Machen Sie das nicht, was Ihr gutes Recht ist. Das Gespräch ist ja freiwillig auf Arbeitnehmerseite. So wird der Arbeitgeber im Streitfall behaupten können, er habe ja alles getan, um den Arbeitsplatzverlust abzuwenden. Aber es sei nicht möglich gewesen, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Und da ist auch etwas dran. Natürlich kann ich ein BEM-Gespräch hinaus zögern, wenn es gerade unzumutbar für mich ist, weil ich noch schwer erkrankt bin. Grundsätzlich aber gilt, und ich weiß, das ist eine gewisse Zumutung für den Erkrankten, dass BEM-Gespräche mit erkrankten Personen, also mit dem noch erkrankten Arbeitnehmer, geführt werden. Einfach zu sagen, ich bin krank, schon deshalb kann ich am BEM-Gespräch nicht teilhaben, das gilt sozusagen nicht. Also entscheiden Sie, wie Sie möchten, aber Sie müssen sich der Gefahr bewusst sein. Denn verzichten Sie auf ein Ihnen angebotenes BEM-Gespräch, so ist das an sich zwar kündigungsrechtlich neutral, wie es immer heißt, tatsächlich in der gerichtlichen Realität aber erleichtert das erheblich die Kündigung wegen Krankheit. Mein Name ist Niklas Pastie, ich bin Arbeitnehmeranwalt aus Berlin und ich hoffe, ich habe Ihnen weiterhelfen können. Wenn nicht, wenn es noch weitere Fragen gibt, dann zögern Sie nicht, diese Frage zu stellen. Sie erreichen uns, wie Sie wissen, unter frage-at-betriebsrat.com. Wir haben immer wieder Anregungen, neue Fragen und auch Ideen für neue Ratgebervideos und Podcasts, gerade wenn Sie uns diese Fragen stellen. Sie können das anonym machen, es wird natürlich kein Name verwendet. Wir haben dann aber neues Material, das wir gern für Sie einsetzen. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie erkrankt sind, dass Sie rasch gesund werden und wenn Sie sich engagieren, ehrenamtlich in der SBV oder im Betriebsrat, dann sage ich Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und ich wünsche Ihnen maximalen Erfolg. Lieber Hörer, wir hoffen, es hat Dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für Dich dabei. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast. Dein Feedback ist uns sehr wichtig und hilft uns, noch bessere Inhalte für Dich und diesen Podcast zu produzieren. Den Link für die Bewertung findest Du in der Beschreibung. Wenn Du noch weitere Fragen rund um die Betriebsratsarbeit hast, schreib uns Deine Frage an frage-at-betriebsrat.com. Wir wünschen Dir einen erfolgreichen Tag und bis bald!